Das Jahr 2020. In dem Jahr wechselten sich die Gefühle. Traurig, lustig, aufregend, aber auch freudig. Das Coronavirus kam plötzlich und es gab viele Einschränkungen. Auf einmal durften wir nicht mehr raus, unsere Freunde treffen. Wir mussten Masken tragen, zu Hause leeren und den Sicherheitsabstand einhalten. Dann mussten wir noch Abschied von Sifu und Spencer nehmen. Aber es gab auch schöne und lustige Momente. Und diese haben wir für euch in einem kleinen Video zusammengeschnitten. Viel Spaß! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020